Und ich nenne diese kurze, wohlüberlegte Predigt die Kardiologie des Himmels. Ja, also ich gehöre zu der Generation, die kann sich noch daran erinnern, als es die erste Herztransplantation gab mit einem südafrikanischen Professor, ich glaube der hieß Banar. Und das war die absolute Sensation, dass man also ein Herz raus operieren konnte und da konnte man ein neues Herz einsetzen. Das Dumme war nur die erste Versuchsperson, die lebte, glaube ich, nur zwei oder drei Wochen und dann starb sie. Aber es war der Anfang und der Start von einer Technik, die heute medizinisch immer noch kompliziert, aber absolut normal ist. Also die Kardiologie des Himmels, wie macht der Herr das eigentlich, wenn er uns ein neues Herz gibt? Ich weiß auch nicht, operiert er das irgendwie raus? Oder wie macht er das mit dem alten und mit dem neuen Herzen? Übrigens, die Predigt über das Herz ist eine absolute internationale Predigt, weil ganz gleich, woher du kommst, aus welcher Nation, wie du aussiehst, wie du geprägt bist, ob du schwäbisch oder sächsisch oder wie auch immer bist, oder britisch, keine Ahnung, aber unser Herz ist gleich. Unser Herz unterscheidet sich nicht. Das heißt, wenn es ums Herz geht, da geht es um eine globale, universelle Sache einfach. Und deswegen wollen wir die Kardiologie des Himmels uns anschauen. Und ich bringe nur ein paar Punkte. Zuallererst wiederhole ich das, was ich gestern gesagt habe, nämlich diese Verheißung, die da ist. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Die kann man aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Die Frage ist, welche Perspektive haben wir? Die erste Perspektive war die Perspektive Israels. Das heißt, im Buch Hesekiel, Hesekiel gehört zu den großen Propheten, da ist also Hesekiel in der babylonischen Gefangenschaft, Jerusalem war zerstört worden. Und so stehen sie kurz davor, wieder zurückkehren nach Jerusalem, nach Israel. Und Hesekiel prophezeit und sagt Folgendes, da muss erst etwas in unseren Herzen passieren, bevor der Heilige Geist uns neu heimsuchen kann, uns neu berühren kann, bevor der Tempel neu aufgebaut wird. Das heißt, wir brauchen ein neues Herz und einen neuen Geist. Das heißt also, diese Vision geht in die Zukunft. Das Zweite ist, diese Verheißung hat auch einen anderen Aspekt, sie liegt in der Vergangenheit. Nämlich da, wo du wiedergeboren bist, durch das Blut Jesu und durch die Gnade, durch die Erlösung Jesu, wo du ein neues Leben hast durch Jesus, da liegt das eben nicht mal in der Zukunft, sondern da hast du schon ein neues Herz und einen neuen Geist empfangen. Da wartest du nicht auf die Erfüllung dieser Verheißung, sondern du bist die Erfüllung dieser Verheißung. Sag mal zu den Nachbarn, du bist die Erfüllung dieser Verheißung. Und dann gibt es aber noch eine dritte Perspektive. Da liegt diese Verheißung in der Gegenwart. Also erstmal Zukunft, Vergangenheit in der Gegenwart. Und das ist, denke ich, der Schlüssel auch für das kommende Jahr. Nämlich, wir lesen in Kolosser 3, Vers 10, dass etwas mit unserem Herzen passieren muss. Unser Herz muss jeden Tag erneuert werden. Das heißt, wir können also nicht darauf schauen, was mal vor fünf Jahren passierte oder vor zehn Jahren, als du dein Leben Jesus gegeben hast, als du Christ geworden bist, sondern es muss jeden Tag etwas Neues passieren. Kolosser 3, Vers 10. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden, die von Tag zu Tag erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Also Gott hat sich das so gedacht, dass sein Herz sich Tag und Tag erneuert. Das ist anders als bei anderen Dingen. Wir können also da nicht warten und dann immer so alle drei, vier Monate, alle sechs Monate mal drückschauen und dann mal schauen, wie es mit unserem Herzen ist. Sondern da gibt es etwas Ständiges, das passieren muss zwischen dir und dem lebendigen Gott. Und ich bin davon überzeugt, das habe ich gestern auch gesagt, dich erwartet ein Jahr des Sieges. Dich erwartet ein Jahr des Durchbruchs. Dich erwartet ein Jahr, in dem du die Verheißungen empfängst, die der Herr dir gegeben hat. Glaubst du das auch? Und die Voraussetzung ist aber, es geht nur beim Herrn mit einem neuen Herzen und mit einem neuen Geist, das ständig erneuert wird. Und da sehen wir, wir müssen also die Kardiologie des Himmels kennenlernen. Wie sieht die Bibel das? Mit dem Herzen. Und da habe ich jetzt zehn Punkte, zehn Punkte, nicht über den Bund, nicht über irgendetwas, nicht über die Verheißung. Damit beziehe ich mich auf einen Sketch, den wir gestern gesehen haben. Also zehn Punkte über die Funktion des Herzens. Manche Dinge sind uns selbstverständlich, aber doch nicht ganz, weil wir müssen uns das vergegenwärtigen. Es gibt eine Geschichte, 1. Samuel 25, Vers 37, über David. David kommt mit seinen Streifscharen zu einem bestimmten Ort. Sie haben Hunger, ich weiß nicht, wie viele sie sind. Auf jeden Fall eine große Menge. Sie haben Hunger, sie kommen an einem Ort. Und sie kommen zu einem Mann, der hieß Nabal. Nabal und Abigal, er war verheiratet mit Abigal. Und sie fragen ganz freundlich an, weil sie hatten in der Gegend von Nabals Besitz, hatten sie gelebt, sie hatten sich um die Schafe gekümmert, sie haben den Besitz sogar beschützt. Und jetzt hatten sie Hunger und sie wollten einfach von Nabal nachfragen, dass sie etwas zu essen bekommen, dass sie versorgt werden. Und wir wissen, was mit Nabal passierte. Er hat das sehr grob zurückgewiesen. Ich will mal das Wort lesen. Als es aber morgen ward und die Trunkenheit von Nabal gewichen war, sagt ihm seine Frau alles. Und zwar, was passierte war, dass Abigal eben hinging und versorgte gegen Nabals Wunsch die ganze Streifschar, weil sie wollte nicht, dass das Gericht über sie kommt, dass David sie als Familie eventuell bestrafen würde. Und gegen Nabals Wunsch ging sie hin und versorgte die ganze Streifschar. Und Nabal, so steht es da, er starb sein Herz in seinem Leib und erwart wie Stein. Das ist also die erste Funktion. Ein Herz kann sich verschließen und kann aufhören zu schlagen. Wer weiß, dass das so sein kann? Übrigens, das ist auch eine rein medizinische Sache. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, zumindest das mit dem Verschließen, wie schnell das gehen kann. So passiert ein Herzinfarkt, dass ein Herz sich verschließen kann. Dass ein Herz sich verschließen kann und fängt dann an, dass Teile von dem Herzen anfangen zu sterben. Und das ist, was hier beschrieben wird. Er starb sein Herz in seinem Leib und er ward wie Stein. Und dann können wir nachlesen, dass er nicht sofort starb, sondern dann nach zehn Tagen starb er. Und der Grund war ein geistlicher, nämlich, so lesen wir, er war grob, unehrlich, undankbar und geizig. Sein Herz verschloss sich. Die erste Funktion, ein Herz ist nicht einfach nur etwas Neutrales, es kann sich verschließen und aufhören zu schlagen. Und da sehen wir auch schon die Doppelbedeutung. Da geht es eben nicht nur um Medizin, sondern da geht es anscheinend auch um etwas Geistliches. Da sehen wir eben beide Funktionen. Es kann sich verschließen und kann aufhören zu schlagen. Das zweite Punkt, schauen wir uns an, da geht es um eine Geschichte, in der David berufen wurde. 1. Samuel 16, Vers 7, da kommt Samuel und er schaut sich die Brüder Davids an und da sagt der Samuel folgendes, da spricht der Herr zum Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch sieht, und er sieht da Saul, ja, sondern ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So, das heißt, das Herz steht im Gegensatz zur äußeren Erscheinung. Wenn du jemanden anschaust, dann weißt du aber nicht, was in seinem Herzen ist unbedingt, was ihn bewegt, welche Gedanken da sind. Schau mal deinen Nachbarn links und rechts mal ganz kurz in die Augen und du wirst nicht unbedingt sofort sehen, was und mit welcher Motivation er aufgestanden ist. Hier geht so ein leises Lachen hier durch die Halle. An deinem Äußeren kannst du nicht erkennen, welche Haltung und welche Gedanken in einem Menschen sind. Das ist das, was wir hier sehen und was Gott sagt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Es gibt nur einen, der weiß ganz genau, welche Haltungen in uns sind, welche Gedanken da sind, welche Grundstimmungen da sind und das ist der lebendige Gott. Das ist schon der zweite Punkt. Das Herz steht im Gegensatz zur äußeren Erscheinung. Kommen wir schon zum dritten Punkt. Im Herzen werden Lebensentscheidungen gefällt. Sprüche 24, Vers 12. Sprichst du, siehe, wir haben es nicht gewusst, für wahr, der die Herzen prüft, merkt es und der auf deine Seele Acht hat, weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Das heißt, im Herzen sind Entscheidungen, die unser Leben bestimmen. Und sehr oft ist es so, dass niemand das wahrnimmt. Manchmal ist es sogar, dass du es selber vergisst. Aber diese Entscheidungen können unser Leben so prägen, dass es einen bestimmten Verlauf nimmt. Es können gute Entscheidungen sein, es können aber auch schlechte Entscheidungen sein. Und das ist, was wir hier in Sprüche nachlesen können. Es werden Lebensentscheidungen gefällt, die vor anderen Menschen verborgen sind. Vielleicht bist du so, wie du bist, weil du in deinem Leben Entscheidungen gefällt hast. Vielleicht lebst du so, wie du lebst, als Christ oder nicht als Christ, oder Dinge, worauf du reagierst oder nicht reagierst, weil eben Entscheidungen gefällt worden sind im Herzen. Entscheidungen, so zu leben, wie Gott es sagt, Entscheidungen, anders zu leben, Entscheidungen gegen das Elternhaus, Entscheidungen gegen Menschen, die dich verletzt haben, Entscheidungen, die dich eben so, Situationen, die dich so mitgenommen haben, dass du sagst, das will ich nie wieder so erleben. Aber im Herzen meiner Lebensentscheidungen gefällt, die von Menschen verborgen sind. Die Entscheidung, die mich am meisten geprägt hat, war sicherlich die Entscheidung, dass ich Jesus nachfolgen wollte. Es war irgendwann mal ein Punkt, an dem ich sagte, ich möchte nicht nur nach einem äußeren Glauben leben oder nach einer äußeren Form, sondern ich möchte diesem Gott begegnen. Ich wusste nicht, wie oder was. Und die erste Entscheidung, die ich fällte, die war nicht in einem Gottesdienst, die war nicht in einer Evangelisation, obwohl ich da auch war, sondern die erste Entscheidung, die ich fällte, ich weiß noch, da war ich Teenager und ich dachte über Gott und die Welt nach, so wie Teenager das tun. Aber ich wusste, ich will irgendwie diesem Gott begegnen, aber ich wusste nicht, wie das geht. Eine ganz kleine Entscheidung nur. Eine ganz kleine Entscheidung nur. Es gibt so viele Entscheidungen, die uns prägen können, dafür oder dagegen. Ich weiß noch, wie ich dann eingeladen wurde von Christen und Freunden in einen Gottesdienst und ich begegnete dem lebendigen Gott und ich überlegte dann, wie ich weiterleben wollte. Sollte das nur eine christliche Erfahrung sein, mehr oder wollte ich wirklich mehr? Die Entscheidungen unseres Herzens sind immer Entscheidungen, ob wir mehr wollen von Gott oder ob wir unser eigenes Leben leben wollen. Und ich wurde eingeladen in einen Gottesdienst, der etwas anders aussah als dieser Gottesdienst, sehr traditionell, sehr fremd. In so einem Gottesdienst war ich noch nie gewesen. In einer Kirche mit Holzbänken, mit Orgelmusik, mit aufstehen und hinstehen, ich meine, das tun wir auch. Mit Chorrellen, mit Liturgien, mit vorgefertigten Formen. Und ich wusste nicht, wie ich jetzt weitergehen sollte. Ich dachte, es wäre ein einmaliges Erlebnis, weil mein Vater lehrte mich und viele andere auch, du kannst doch Gott individuell folgen und ihm individuell begegnen. Und dann stand ich vor einer Entscheidung, wie wollte ich weiterleben? Und Freunde sagten es zu mir, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann braucht es ein paar konkrete Schritte. Wenn du möchtest, dass dein Herz erneuert wird, dann heißt das auch, dass du kleine Gehorsamsschritte gehen musst. Und diese kleinen Gehorsamsschritte war, dass du dich immer wieder neu dem Wort Gottes auslieferst, der Predigt auslieferst, dass du anfängst, in der Bibel zu lesen, dass du anfängst, mit Christen zusammen zu sein. Und jedes Mal musste ich eine Entscheidung fällen in meinem Leben. Ich hätte mich dafür oder dagegen entscheiden können. Es gibt so viele Entscheidungen, die uns prägen, wie wir leben und wie wir weiterleben. Es gibt Entscheidungen, die prägen uns, wie wir in Beziehung leben mit anderen Menschen. Entscheidungen, die uns prägen, wie wir uns gegenüber dem Mann verhalten oder gegenüber der Frau verhalten, wie wir gegenüber der Ehe stehen oder wie wir gegenüber Verbindlichkeit und Treue stehen. Und viele Herzensentscheidungen kommen eben aus unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Sie spiegeln diese Erfahrungen wieder. Im Herzen werden Lebensentscheidungen gefüllt. Sprich hier 24 Vers 12. Vor Menschen ist das verborgen. Manchmal ist es sogar vor uns selbst verborgen. Wir wissen gar nicht mehr, warum wir so ticken, wie wir ticken. Aber wir lesen hier, aber vor den Augen Gottes ist es sichtbar. Sobald wir in die Nähe Gottes kommen und uns ihm ausliefern und ihm nahen, dann naht Gott sich uns, egal woher wir kommen, wie fromm oder nicht fromm wir sind, wie christlich oder nicht christlich geprägt wir sind. Und dann kommt das Scheinwerferlicht Gottes und er zeigt uns die Motive unseres Herzens und er hilft uns, sie zu korrigieren. Der vierte Punkt ist, das Herz ist der Ort eines inneren Gemütszustands. Das, was wir oft nicht sehen können, ist, wie unser innerer Zustand ist. Manchmal kann man es sehen, manchmal spiegelt es sich in unserem Gesicht wieder. Unser Zustand ist eben ein inneres Misstrauen oder dass wir negative Erfahrungen gemacht haben, negative Erwartungen haben. Es gibt aber so einen inneren Gemütszustand. Manchmal ist es Bedrückung, Menschen, die nicht aus ihrer Bedrückung herauskommen. Und diese Bedrückung wird zu einem Teil ihres Lebens. Oder aber dieser innere Gemütszustand, das wären Ängste, die ich ständig überall erwarte. Und meine Verhalten, meine Entscheidungen und das, was ich tue, wird eben von diesen Ängsten geprägt, meine Beziehungen, die ich eingehe. Ein innerer Gemütszustand sind genauso auch zum Beispiel Vorbehalte, dass ich Menschen und andere Dinge, Situationen mit einer negativen Brille sehe. Und oft ist es so, wir beneiden dann die Menschen, die so positiv sind und die auf alles zugehen können. Und wir würden das gerne auch, aber wir haben diese Brille auf. Oder aber, es ist zum Beispiel auch dieser Zustand der Entmutigung. Viele haben diesen inneren Gemütszustand, wie eine ständige Mutlosigkeit, Entmutigung. Und das ist das, worüber Psalm 25, Vers 17 schreibt, die Angst meines Herzens ist groß. Das heißt, der Gemütszustand in meinem Herzen, der ist so groß. Und dann ist es eine Bitte, ein Gebet, und da steht, führe mich, in der meisten Bibel steht, aus meinen Nöten. Aber eigentlich gibt es eine wunderbare Übersetzung. So heißt es eigentlich, die Angst meines Herzens, ist groß. Mein innerer Gemütszustand ist, engt mich ein. Und dann steht da, nicht nur führe mich aus meinen Nöten, sondern weite die Verengung meines Herzens. Und viele leiden an diesem inneren Gemütszustand, wie an einer inneren Verengung. Das ist übrigens, auch wenn man Herzprobleme hat, oder ganz gleich, wie sie aussehen. Es ist wie eine Verengung, wie ein enger Gefühl, das man spürt. Das ist auch im medizinischen Bereich oft so. Und hier wird dieses Wort übertragen auf den Gemütszustand, eine Enge, eine Verengung des Herzens. Ich habe nicht die Weite, die eigentlich Gott mir geben möchte. Ich fühle mich behindert und ich fühle mich begrenzt in dem, wie ich mit Gott gehen möchte und in meine Möglichkeiten. Und das würden viele dann eben auch so unterschreiben, sagen, dieser Gemütszustand, der beengt mich in dem, was ich eigentlich tun möchte. Die Bibel schreibt da genauso drüber. Und da lesen wir noch mehr in dem fünften Punkt. Da geht es um ein weites Herz, was Gott eigentlich geben möchte. Ein neues Herz. Es ist nicht einfach, dass es gut schlägt, sondern er führt in die Weite. Psalm 119, Vers 32. Ein wunderbares Wort. Ich laufe auf den Weg deiner Verheißung. Und ich meine, wer möchte das nicht? Du könntest eine Umfrage hier auf der Straße machen. Du könntest überall hingehen. Wer möchte die Verheißung Gottes empfangen? Das hört sich gut an. Das will ich. Aber da steht etwas und zwar ein weites Herz läuft auf dem Weg der Verheißung. Ich laufe auf dem Weg deiner Verheißung. Du weitest mein Herz oder anders ausgedrückt, den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Es gibt so eine Herzkrankheit unter Christen und diese Krankheit ist die Krankheit der engen Herzen. Und diese Krankheit der engen Herzen ist, dass ich andere Menschen beobachte und ich selber so auf Sicherheit bedacht bin und so auf mich selber bezogen bin, dass ich nicht wage abhängig zu sein vom lebendigen Gott und dann unterwerfe ich alle Dinge meinen eigenen Vorstellungen, den meisten Dingen meiner eigenen begrenzten Vorstellungen und weil diese neuen Dinge mich dann bedrohen, versuche ich sie eher zu verhindern, als dass ich mich dafür öffne. Ein weites Herz ist etwas, das Ja sagt zu den Plänen Gottes. Ein weites Herz ist ein Herz, das die vertrauensvollen in die Hände Gottes legt. Ein weites Herz ist das Herz, das Gott gebrauchen kann, um Neues Land einzunehmen und Neues anzuvertrauen. Ein enges Herz ist meistens missgünstig. Und das will ja niemand sein, wer will schon missgünstig sein? Ich glaube, wenn ich hier fragen würde, wer ist missgünstig, dann würde jeder sagen, auf jeden Fall nicht. Also missgünstig ist eigentlich, dass ich den anderen beobachte und sage, warum geht es dem denn so gut und mir nicht so gut? Warum hat der und die das, was ich nicht habe? Ein enges Herz ist auf Sicherheit bedacht und versucht sich selber diese Sicherheit zu verschaffen, als dass er seine Sicherheit vom lebendigen Gott sucht. Ja, bei der Kardiologie des Himmels schauen wir uns den sechsten Punkt an und da schlägt die Bibel folgendes vor. Es gibt etwas viel besseres als ein enges Herz und das ist ein gelassenes Herz. Sprüche 14 Vers 30. Ich habe das gestern schon kurz erwähnt. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Wurmfraß in den Knochen ist die Eifersucht. Das ist ein heftiges Wort, oder? Aber das könnten Mediziner unterschreiben. Ein gelassenes Herz wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus und fördert die Gesundheit. Das ist also fast wie aus einem Buch über Stress. Ja, und das ist das, was hier steht. Wir leben leider in einer Stressgesellschaft, wo eben Gelassenheit nicht das ist, was uns prägt, sondern im Gegenteil Angespanntheit, unausgeglichen sein, unruhig, friedlos, gestresst, das ist das Gegenteil von Gelassenheit. Also der Herr möchte ein neues Herz, ein Herz, das sich täglich erneuert. Das ist die Antwort darauf. Also das heißt Gesundheit kommt durch ein Herz, das ausgeglichen ist, entspannt ist, sicher ist in der Hand Gottes, das vertraut. und das weiß, ich bin geborgen in der Hand des lebendigen Gottes. Ein gelassenes Herz ist das Leibes Leben. Und dann kommt was sehr krasses, bei manchen steht Alter, weil eigentlich gemeint ist, Wurmfraß in den Knochen ist Eifersucht, Missgunst, sagen wir es wieder, ist Neid, ist das Vergleichen ist dieses auf Menschen schauen. Und die Bibel sagt, wenn du auf Menschen schaust, auf andere schaust, und dich vergleichst, was der andere kann oder nicht kann, und besser, dann ist das so etwas wie Götzendienst, dann vergötzt du Menschen, und der Herr sagt, ich habe dir so viel anvertraut, nimm doch das, was ich dir gegeben habe, vertraue darauf, dass ich ein guter Gott bin, dass ich dich in meiner Hand halte und das Beste für dich habe, und dass meine Wege mit dir die besten sind, viel besser, als du es dir selber vorstellen kannst. Der siebte Punkt, das Herz, und jetzt sind wir schon wieder bei der Gesundheit hier, das Herz ist der Ort der Freude, wodurch alle Lebensbereiche beeinflusst werden. so einer meiner ersten christlichen Bücher, das war von einem Mann C.S. Lewis, kennt ihr den, habt ihr von ihm gehört? Und das war seine Biografie, er war Professor, soviel ich weiß, in Oxford oder Cambridge, in einer dieser beiden Universitäten, und seine Biografie hieß Überrascht durch Freude. Und er beschreibt daran, wie er mit seinem Intellekt versucht, einfach eine Beziehung zu Gott aufzubauen und ihnen das sehr schwer wurde und dann gab es einen Faktor und das war die Freude Gottes. Und diese Freude Gottes in seinem Herzen, das war das, was ihn überführte. Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Wer weiß das? Ja? Also, irgendwie ist das nicht fair, oder? Das lesen wir und sagen, ja, aber so bin ich einfach nicht. Und dann schaust du dir eben ein paar Leute an, die sind so fröhlich, so extrovertiert und dann denkst du folgendes, so sind wir, naja, das ist denen eben in die Wiege gelegt worden, das ist so ein Sonnenschein, die lachen eben immer und die sind eben immer fröhlich, aber ich bin so itte, so bin ich nicht. Aber die Bibel sieht das ein bisschen anders. Die Bibel spricht über die Kardiologie des Himmels und sie gibt Maßstäbe und Verheißungen, die sie nicht hinhält wie irgendwelche Würstchen, nach denen du schnappen kannst und vielleicht bekommst du sie oder nicht. Sondern die Bibel verheißt etwas, was für jeden Menschen zugänglich ist und Gott für jeden Menschen vorbereitet hat. und deswegen sagt das Wort Gottes, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin und dann weiter, ein bedrückter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Die Erfahrungen haben wir schon gemacht, oder? Kennt ihr das? Ja, du bist völlig motiviert und dann gibt es irgendeinen Punkt und du merkst, etwas berührt deinen Geist und wir sehen eben in der Bibel das Äquivalent, wir sehen diese beiden Bereiche Herz und Geist, sehen wir auch hier, dass die Bibel beides nebeneinander stellt, sie spricht also nicht über dieses Organ, sondern sie spricht über unseren inneren Menschen, aber dann kommt irgendetwas und du merkst es wie eine Bedrückung, es gibt so einen bedrückten Geist und wenn diese Bedrückung eben bleibt und zu einem Zustand das und lähmt dich und nimmt dir jede Motivation wie kann das Herz zu einem Ort der Freude werden wie kann das sein dass mein Herz von einem gestressten friedlosen suchenden Herz zu einem Herzen wird wo ich angekommen bin gelassen bin wo ich weiß ich bin in der Hand Gottes Schauen wir mal weiter Punkt 8 da steht wer auf den Herrn hofft der stärkt sein Herz aha es gibt also eine Möglichkeit dass ich mein Herz erneuern kann dass da eine Kraft hineinkommt in meinen inneren Menschen in meinen Geist Psalm 27 Vers 4 ist das Wort Harre auf den Herrn sei stark und dein Herz fasse Mut und Harre auf den Herrn das heißt da steht etwas wer auf den Herrn wartet wer sich ausstreckt zu ihm wer eine Entscheidung fällt und sagt Herr zu dir möchte ich ich warte auf dich ich möchte zu dir hin da passiert schon alleine dadurch was da hast du noch gar nichts gemacht da hast du eine Entscheidung gefällt da ist eine Sehnsucht in dir und diese Sehnsucht ist eine Frage der Perspektive worauf baue ich und da steht wer auf sich selbst hofft und baut bei dem weicht der Mut der wird verzagt jedes mal wenn du deine eigene Kraft investierst jedes mal wenn du auf dich selber baust egal wo es ist in deinem persönlichen geistlichen Leben in deiner Familie in deiner Gesundheit in deinen Beziehungen in der Arbeit wo du bist in deinen Grenzen und Begrenzungen jedes mal da wo du auf dich selbst baut da wird das so sein als ob die Kraft von dir weg fließt aber jedes mal wo du auf den herrn hast und auf den schaust da stärkst du dein Herz da kommt eine Kraft hinein die kommt von Gott die du selbst nicht hast so kommen wir zum neunten Punkt ein von Gott demütiges Herz das ist ein ganz wichtiges Wort ein vor Gott demütiges Herz wird vor ihm Ruhe finden denn ein um sich selbst kreisendes und von ihm unabhängiges Herz ist ohne inneren Frieden das hat Jesus gesagt Matthäus 11 Vers 29 nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir übrigens dieses Joch das ist nicht dass du mit so einem schweren Ding rumschleppen musst und der Herr dich versklavt sondern das Joch das steht dafür lasst euch vor mir leiden das steht für die Leitung Gottes lasst euch vor mir leiden und deswegen sagt er und lernt von mir wir lassen uns von so vielen Dingen leiden wir lassen uns von unserer Erfahrung leiden wir lassen uns von Menschen leiden wir lassen uns von Philosophien leiden von Erkenntnissen leiden weil Jesus ist da ganz eindeutig er sagt schaut mal ihr müsst doch was verändern wenn ihr euch vor mir leiden lasst dann nehmt ihr das Joch auf euch und dieses Joch das ist dass ich euch zu linken oder zu rechten führen kann und wenn ihr von mir lernt dann passiert folgendes dann zeigt das dass ihr in euren Herzen demütig seid das ist ein Kennzeichen von Demut und Jesus sagt und genauso lebe ich auch weil er hat sich vom Vater leiten lassen er hat nichts getan was er nicht vom Vater empfangen hat und deswegen steht hier denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen wer so lebt findet Frieden bei Gott das größte Problem ist wenn wir als Christen so leben als ob wir Gott gefunden hätten aber du bist voller Unfrieden du bist voller innerer Kämpfe du bist nicht angekommen du bist nicht innerlich bei ihm da ist keine Ruhe in dir wie schrecklich und Jesus sagt was ganz anderes ein von Gott demütiges Herz lässt sich von mir leiten und das wird Ruhe finden auch in Stürmen in Krisen so wie Jesus auf diesem stürmenden Meer in diesem Boot lag und die Stürme gingen hoch und die Jünger wunderten sich dass er ganz ruhig schlief einfach weil die Ruhe Gottes die Ruhe des Vaters in ihm war und so kommen wir zum 10. und letzten Punkt das Herz ist der Ort deines Begehrens und Verlangens in jedem Mensch gibt es eine Institution die begehrt etwas die verlangt etwas die möchte etwas und jeder Mensch füllt sich dieses Begehren und erfüllt sich diese Begehren diese Verlangen auf unterschiedlichste Art und Weise und ich möchte dir die Frage stellen wer stillt das Verlangen deines Herzens die Bibel nennt das auch manchmal Hunger und Durst wir haben Hunger und Durst also nicht nur unser physischer Hunger und Durst sondern der Hunger und Durst unseres Herzens Psalm 21 Vers 3 Denn du hast ihm erfüllt was sein Herz wünscht und hast ihm gegeben um was er dich bat was für ein Hammer Wort Gott hat erfüllt wonach wir wünschen wonach wir verlangen die Frage ist aber wohin ist dein Verlangen ausgerichtet wer stillt dein Verlangen wird es Jesus sein der König und Herr der Lebendige der Friedefürst stillt er dein Verlangen das Verlangen deines Herzens da sind wir wieder bei der Entscheidung die wir in unseren Herzen fällen oder wer wird es sein wird es deine Arbeit sein oh sagst du weißt du Jobst ich bin lange unterwegs ich bin Christ ich bin engagiert in der Gemeinde und doch kann dein inneres Verlangen dein Bedürfnis von deiner Arbeit ausgefüllt werden oder dein Bedürfnis dein Verlangen dein Begehren wird von deinem Studium ausgefüllt du sagst Jobst ich bin aber Mitarbeiter bei Connect oder ich bin sogar evangelistisch unterwegs und doch kann dein Studium dein Begehren dein Verlangen sein dein Erfolg dein Verlangen und dein Begehren sein es kann dein Geld sein es kann dein Ansehen sein es kann dein Wunsch sein jemand zu sein es kann dein Wunsch sein etwas darzustellen all das kann unser Begehren und Verlangen sein wie ist das oder ist dein Begehren und Verlangen alleine der König der Könige und der Herr der Herren ist das Verlangen deines Herzens ihm zu begegnen denk mal kurz darüber nach wann bist du ihm das letzte Mal ganz persönlich begegnet ich würde hier nicht stehen wenn ich diesem König der König wenn ich Jesus dem lebendigen Gott dem Auferstand nicht begegnet wäre und ich kann das eben nicht nur wie in der Vergangenheit erzählen sondern diese Begegnung mit Jesus die erneuert dein Herz Tag für Tag jeden Tag neu und er begegnet dir nur wenn deine Verlangen und deine Begehren richtig ausgerichtet hast oh ja er möchte dir viele Dinge geben er möchte dir beschenken er möchte dir segnen er möchte dir zeigen wie sehr er dich liebt er möchte dass du deine Gaben gebrauchst aber die Frage ist woran hast du deine Lust deine Freude dein Begehren Psalm 37 habe deine Lust am Herrn der wird dir geben was dein Herz begehrt das ist die Institution unseres Herzens wer stillt dein Verlangen und weißt du wir sind die glücklichsten Menschen du bist der glücklichste Mensch wenn du in deinem Herzen eine Entscheidung fällst und all das was das bis jetzt zugedeckt und bedeckt hat dein Begehren dein Verlangen in so unterschiedlichen Richtungen war wenn du neu zu Jesus kommst zu ihm den Herrn und König ihm zu begegnen zu ihm kommst ihn an zu beten ich möchte dir eine verheißen zum Schluss lesen die habe ich so zum ersten mal aus diesem Psalm gelesen du kannst deinen eigenen Namen einsetzen was passiert wenn ich mein Herz auf ihn ausgerichtet habe Jesus will dir wenn du ihm noch nicht begegnet bist will er dir heute ein neues Herz geben einen neuen Geist ein neues Herz ist eine neue Chance ein neuer Anfang ein neues Herz ein neuer Geist ist dass du nicht mal so leben wie du vorher gelebt hast sondern dass dein Herz anfängt zu schlagen weil es berührt ist von der Liebe Jesu wow wie wunderbar und dann liest du diesen Psalm hier und du kannst deinen eigenen Namen einsetzen Psalm Psalm 1 20 Herr du König ich freue mich über deine Stärke ich juble laut vor Freude über deine Hilfe denn du hast in mir erfüllt was mein Herz wünscht du hast mir gegeben um was ich dich gebeten habe würdest du gerne deinen Namen einsetzen da du hast mich mit reichem Segen überschüttet und hast mich mit einer goldenen Krone gekrönt ich bat dich um Leben und du hast mein Gebet erhört und hast mir ewiges Leben geschenkt willst du das vielleicht tun heute dass du heute um Leben bittest um neues Leben und das Leben das durchtränkt ist von der Liebe Gottes von seiner Gnade von seiner Erlösung Durch Deine Hilfe bin ich zu großem Ruhm erlangt ihr Lieben und dieser Ruhm von Gott ist etwas ganz anderes als der Ruhm dieser Welt das ist ein Ruhm im Himmel ihr wisst im Himmel gibt es eine ganz andere Wertigkeit als hier auf der Erden durch deine Hilfe bin ich zu großem Ruhm gelangt und du hast mir Glanz und Herrlichkeit verliehen du machst mich für alle Zeiten zum Segen für andere boah das möchte ich gerne du auch zum Segen für andere du erfüllst mich durch deine Gegenwart mit Freude hier hast du alles was das Herz ausmacht ich komme zum Schluss weißt du viele lassen sich leiten in ihrem Leben durch ihre Erfahrung andere lassen sich durch ihr Wissen leiten oder durch ihre Vernunft andere ist ja modernes Wort heute durch ihr Bauchgefühl aber ein neues Herz ein neuer Geist das ist die Instanz die der Heilige Geist leiten kann du brauchst die Leitung vom Heiligen Geist er will dich an die Hand nehmen er will dich leiden vielleicht ist es so dass du heute wenn wir gleich zusammen beten dass du dein Herz ihm neu auslieferst vielleicht war es falsch ausgerichtet vielleicht ist es erfüllt mit diesen Dingen die du nicht willst vielleicht war es so dass du es verpasst hast dass es Tag für Tag erneuert wird sondern du denkst zurück an irgendwelche Erfahrungen die du mal gemacht hast und davon lebst du aber es ist doch viel zu schade vielleicht ist es dass du in dir einen neuen Wunsch hast und darum predige ich diese Botschaft einen Wunsch ich möchte begegnen Jesus es ist mein Begehren mein Hunger ich möchte dir begegnen in der ganz neuen Art und Weise vielleicht zum ersten Mal vielleicht immer wieder jeden Tag neu Herr ich geb dir mein Leben ich geb dir mein Herz ich geb dir mein Vertrauen harre auf den Herrn und er stärkt dein Herz komme zu ihm hin und weißt du auf so ein Gebet wird er immer hören Gott hat dich erwählt er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben da sind so viele Menschen die darauf warten dass du deine Geschichte dein Zeugnis weitergibst dass du von dem erzählst was der Herr in deinem Herzen gegeben hat das Gottes Plan anscheinend für 2017 die Revolution der erneuerten Herzen Halleluja Menschen die mit einem neuen Herzen mit einem neuen Geist leben komm lass uns aufstehen wir wollen zusammen beten